ich habe ein iphone gekauft 13 von apple und ich konnte es nicht installieren und bin dann zu den technikern hier gegangen und bin sehr freundlich bedient worden und sehr gut beraten worden und mein handy ist jetzt aufgeladen und alles ist installiert wunderbar und ich kann nur den herrn gilderien von den technikern empfehlen in der goethe straße kommen sie unbedingt hierher